Gottes und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 33-tägige Andacht für die ärmste Priesterseele. O Jesus, ich verberge die ärmste Priesterseele des Fegefeuers in die Wunde deiner rechten Hand. O Maria, Schmerzensmutter, ich stelle mich unter deinen Schutz. Durch deine reinsten Hände opfere ich nun dem ewigen Vater 33 Mal das kostbare Blut Jesu auf für die ärmste und verlassenste Priesterseele des Fegefeuers, die am meisten leidet und für die niemand betet. Liebe und Flehe, mit der ärmsten Priesterseele fühle mich zu Gott, damit mir bald Hilfe in meinem jetzigen Anliegen, Anliegen kann man nennen, gewährt werden. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Weg vor ihrer meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Weg vor ihrer meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Weg vor ihrer meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Weg vor ihrer meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Weg vor ihrer meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Weg vor ihrer meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Weg vor ihrer meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Weg vor ihrer meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Weg vor ihrer meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Weg vor ihrer meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Weg vor ihrer meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Weg vor ihrer meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat, und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, Erhöhung in meinem Anliegen, so es dem Willen Gottes entspricht, Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, dem Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, dem Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu, für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassens dann ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, wieder für diese arme Priesterseele, unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, wieder für diese arme Priesterseele, und unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele, unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele, Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Bitte für diese arme Priesterseele, gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit, Amen, Maria mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib.